Facelift oder auch Produktaufwertung für den Skoda Kodiak. Ich persönlich bin ja der Meinung, er ist seit seiner Premiere 2016 so ein bisschen in die Jahre gekommen und das Facelift kommt zu einem richtig guten Zeitpunkt und es steht ihm auch richtig gut zu Gesicht, aber entscheidet selber. Die Highlights sind unter anderem LED-Matrix-Scheinwerfer, neue Front, neue Motorhaube, neue Lenkräder, neue Infotainment-Generation, neue Dekore, neue Sitzbezüge, neue Ergo-Sitze, neue 20-Zoll-Räder und angeblich auch Voll-LED-Rückleuchten, aber ich glaube, die hat er schon vorher. Ab Juli 2021 sind die Modelle im Handel und eine große Neuerung gibt es auch, der Kodiak RS kommt mit neuem TSI-Motor. An der Front sehen wir unter anderem neue Aluminium-Optik-Einsätze, die finden sich teilweise je nach Laien auch an der Heckstürze. Die größte optische Neuerung ist vielleicht auch so die erhöhte Motorhaube, die sich so ein bisschen über die Radläufe zieht, aber was wohl insgesamt den Eindruck noch festigt, ist der nun aufrecht stehende Grill. Aber auch ein Teil davon sind eben die neuen schmaleren Scheinwerfer, die in Serie immer in LED kommen. Optional gibt es Matrix-LED, dann auch mit anderer Tagfahrlicht-Signatur, das heißt man hat zwei LED-Module übereinander. Ab Ambition sind die möglich, in L&K sowie RS sind sie bereits Serie. Die einzelnen Linien unterscheiden sich nun optisch deutlich mehr in der Front- und Heckgestaltung. Allengleich ist aber wohl der schwarze Dachkanten-Spoiler, sowie die seitlichen Finnen zur Heckscheibe, das soll so ein bisschen die CO2-Emissionen reduzieren. Und neben 17- bis 20-Zoll-Räder hat man vor allem zwischen 18 und 20-Zoll die Möglichkeit Aero-Räder zu wählen. Der Kodia RS setzt sich dann noch weiter mit einer ganz exklusiven, spezifischen Front ab. Dabei ist das Ganze nicht nur ein Facelift, sondern es gibt auch ein paar Änderungen im Innenraum. Das heißt, man sieht vor allem nun das Zwei-Speichen-Lenkrad, was serienmäßig ist. Es gibt aber auch ein Sport-Lenkrad mit drei Speichen in der Sportline bzw. im RS oder generell als Option. Weiter fallen auf die neuen Dekor-Leisten. Auch die unterscheiden sich je nachdem, welche Ausstattungsvariante man wählt. Man sieht aber immer die aufgewerteten Kontrastnähte, besonders die große Kontrastnähte, einmal quer über das Armaturenbrett. Dann gibt es auch erweiterte Funktionen der Ambientebeleuchtung. Was steckt dahinter? Die zehn Farben finden sich nun auch im Fußraum und die Ablagen vorne sind in weiß beleuchtet, sowie beim Ausstieg bei Fahrer und Beifahrer sieht man nun eine Skoda-Logo-Projektion. Erstmals überhaupt im Kodiak gibt es nun elektrische Ergositze mit perforiertem Leder, Belüftung und Massage, sowie auch ganz neu optionale Ecositze in Ambition oder Style aus tierfreien, recycelten Materialien. Nicht, dass das Kantons-Soundsystem irgendwie schlecht war, aber sie haben es auch erweitert bzw. verbessert. Mit 575 Watt hat man nun nicht mehr nur zehn, sondern zwölf Lautsprecher inklusive Subwoofer und Zentrallautsprecher im Armaturenbrett. Weiterhin serienmäßig bleibt der 8 Zoll-Hudstream in Bolero und Amundsen, in Columbus dann mit 9,2 Zoll und Navigation. Große Neuerungen sind vielleicht die USB-C-Anschlüsse, optional gibt es auch einen für die Dashcam-Liebhaber am Innenspiegel und das Virtual Cockpit bleibt auch optional mit 10,25 Zoll, ist im RS allerdings serienmäßig. Bei den Assistenten gibt es nun neu auch den proaktiven Insassenschutz. Der Kodiak S wechselt von Biturbo-Diesel auf Single-Turbo-Benziner, nämlich auf den 2,0 TSI mit 245 PS. Das spart knapp 60 kg, auch das neue 7-Gang-DSG spart ebenfalls nochmal 5,2 kg und neue 20 Zoll-Räder sind nun serienmäßig. Generell bei den Antrieben kann man wählen zwischen 1,5 TSI mit 150 PS Frontantrieb oder 2,0 TSI mit 190 PS sowie der 2,0 TDI mit 150 oder 200 PS. Alle Motoren sind übrigens aus der neuen Evo-Generation und die größeren kommen dann auch schon serienmäßig mit 7-Gang-DSG und A-Radantrieb.